Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Amar 3 Exile hier auf der Map Generous Winter. Dieses Video wurde uns vorgeschlagen von Iglai HD Gaming. Vielen Dank dafür und danke noch mal für den Abo, hier ganz offiziell. Ich werde nochmal einblenden, was er mir geschrieben hat. Und ja, was wir hier erleben, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich sterb gleich. Wenn du zu mir kommst, kannst du meine Sachen dir nehmen. Ich will deine Sachen nicht. Zu dir kommt ein Spiel oder wie? Naja, ich seh ihn. Ah, der lootert. Wo denn? Warte, 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 dann guck ich ruhig einen Krieg. Warum werden wir einen umlegen? Auf meiner Seite oder auf deiner Seite der Straße? Ich seh dich nämlich nicht. Ich seh dich nicht. Na, ich seh dich überhaupt nicht. Ach da hinten bist du. Wir sind auf die gleiche Seite. Okay. Kontakt auch auf die gleiche Seite? Auf meiner Straßenseite. Boah, mich FBS-Einbrüche grad. Und da ist ein Spieler drin, ich seh ihn. Wo ist da? Die Gebäude. Okay. Ich überquere die Straße. Ja. Der kommt raus. Der kommt raus. Jammer noch nicht definiert, wo er da ist. Sauber. Wir haben das da noch nicht definiert, ne? Ich brauch glaub ein Häckchen. Ich hab alle 40%, die sterben gleich. Erzieh dich mal richtig an. Ich find doch nix, ja du. Oh, Kaffee. Vielleicht hilft Kaffee. Kaffee hilft mir immer. Na looted den Typen halt. Ja, äh, ja super, ich weiß schon wie langsam ich grad laufe. Ich bin ja rumdackeln. Kein schöneres Winter. 1.11 irgendwie Warnersburg. 1.11 liegt der Automatisch. Na schon. Ja, aber nur mit 400 Kilobit. Geil. Hast du denn schon geduldet oder nicht? Nein, ich versuch grad hinzukommen, aber wir sind über Leute. Ich krieche. Das ist so nötchen für mich. Boah, hast du denn Gilly hier ja schon? Tja, okay. Gib mir doch kurz die... Ah, jetzt geht's langsam. Ah, du geht hoch wegen dem Kaffee. Ah, Straße fährt einer weg. Oh, da hab ich richtig gehört? Ja. Welche Straße? Ja, da wo du läufst. Ich hab nichts gehört. So, ich muss das ganz kurz... Ah, da liegt ein großer Rucksack. Den nehm ich jetzt, dann sterb ich, oder? Fahrzeug? Gleich, ja. Hauptstraße. Offroder? Ja, ja. Ist ja eben. Vorbeigefahren. Andere Straße. Ja, ich bin ja jetzt arm zum Appen. Oh, ja. Ja, ich bin ja. Die, ich bin ja. Da bin ja. Die, ich bin ja. Kannst du nicht. Ja, da ist Hurry. Ja, ich bin ja. Ich bin ja. Ja, ich bin ja. Nein, ich glitze im Steppen. Wieso machst du das? Das ist schon scheiß, Alter. Ja, ich guck, was ich schon mitnehme. Elektro. Ich glaub, da legt er da noch rum. Die Flieger sind auch schon da. Elektro. Hörst du meinen Sinn? Weil meine Waffe noch da ist. Ich hab's auch gefühlte 20 Meter in die Luft geschleudert. Dann war ich da. Also Waffen sehe ich gar keine. Also die Waffen fallen weg. Flitschen weg. Oder ist Absicht eins und beiden. Was ich jetzt auch wiederum nicht schlecht finde. Warum bist du im Gefecht, wo du spawnen kannst? Kommst du immer wieder zurück, guckst du gleich, ist Never Ender Story. Weißt du, was ich meine? Ist jetzt meine SVD weg, das ist ein Scherz. Ja, aber hast du da noch nichts im Blut? Die ist weg. Das liegt hier nochmal. Du hast alles am Mann, außer der SVD. Ja, der Jeep fährt in deiner Richtung. Ich gehe da hin. Hauptstraße. Ich lauf parallel zu denen. Guck mal, ob ich napf. Er ist stehen geblieben beim Zammack. Ach. Oder beim Tempest. Prüft, ob er allein kann. Noch ein Platz. Müsste dann gleich zur Straße entlang kommen. Sind schon abholender auf dem Stein oben. Ist alleine, wenn ich sie. Er ist hier gerade noch eine Limousine durchgefahren. Sie steht gerade am Tempest. Okay. Sie steht gerade am Tempest. Ich muss noch mal essen, aber du kannst dich aufrunden. Schön! Du musst mal essen, aber du kannst dich aufrunden. Schön. Du bist losgefahren, oder? Ich steh immer noch stehen. Also ich krieg's mit, wenn er an mir vorbeifährt. Okay. Du bist an ihm vorbeigelaufen und okay, alles klar. Wenn es sein Kollege ist. Tempest oder sowas klar. Ich hab ihn nicht meinscht eigentlich hin- und weiterfahren. Okay. Ist gerade eine Limousine auch vorbeigefahren, aber die war ich leider ein bisschen... Ist jetzt so komisch rumgepackt. Ich sah aus, wie einer oben im Dach rausgeguckt hätte. Komisch, das hat sich ja jetzt richtig gerendert, keine Ahnung warum. Deswegen hab ich da mal nicht draufgeschossen. Meine Temperatur geht schon wieder runter, ne? Nein, ja noch nicht. Du bist gerade frisch gespawnt, gespawnt. Aber ich sitze hier und es geht runter. Du kannst schon mal losgehen, keine Ahnung. Also du musst echt... Du musst echt in Bewegung bleiben. Und Romern. Du musst echt in Bewegung bleiben. Du musst einfach nur da Lif? Du musst erst einmal hoch chestnen. Du wirsten nur darum, eine Ahnung Abonunnel. Du kannst doch jetzt etwas glätt regulating Lynequ waren. Ja. Und ein bisschen Action Deep Nein! Ach, scheiße! Was? Ach, ich lieg an der gleichen Stelle wie vorher. Wieder am gleichen Stein vorbei gelaufen, festgehangen. Okay, könntest du unten hochlaufen, weil das habe ich vorhin gemacht, da ging das? Was ist denn das für ein Scheiß schon wieder, das gibt es doch gar nicht. Entschuldigung. Zu mir ja, ich wurde gestern fertig gemacht, ich bin alt und ich bin im Haus drin gespawnt. Geil. Okay. Der schiebt hier zu. Oh, das kann nicht so wollen. Ah, hier ist Kontakt. Hier kannst du die Häuser öffnen. Was mich jetzt interessiert ist, ob du sie auch aufwärmen kannst hier drin. Auf mich. Schuss. Wo? In der Stadt. Der muss. Ja. Bist du noch in der Stadt drin? Ah, ich sehe es. Oh, sind Schüsse laut. Der sich erhöht oder sowas? Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Ich sterbe aber, weil ich irgendwie habe ich Blutverlust, warum auch immer. das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich kann nicht rennen, das ist das Problem, ich bin ja absolutes Ziel. Du kommst mit dem Fahrzeug oder? Ja. So, dann versuchen wir es nochmal. Das ist doch zum Kotzen. Ah, ist, ok, ist ein bisschen dämlich, ja. Ich sterbe gleich, du musst zu mir kommen, dass du die Waffe nehmen kannst. Aber noch ein bisschen. Ich will mal ja drüber noch wieder. Ist ja fix. Ey, wie? Was? Das kotzt mich aber gerade ein bisschen an. Du bist Bambi. Man sieht, dass du nichts hast. Gut, den anderen habe ich jetzt auch erschossen. Das war aber aus dem Effekt, weil er einfach echt nicht gedacht, nicht gesehen, dass er keine Waffe hat. Aber du fährst doch weg. Der dich bestimmt auch hinlaufen soll. 37 Prozent, ich bin gleich down. Ja, so. Ich kann nicht rennen, gar nicht. Warte, du dachtest doch eh in uns, der Doc. Ich hab weiter mal, glaube ich. Ich hab' den Schluss. 32 Prozent. Ja, zu dir, inser Doc, inser Doc, inser Doc. Ja, aber ich frag mich, warum? Ja. Was hast du gerade gesagt? Sag's nochmal. Ich steck dir die Nadel, komm. Ja, ich bin da vor dir. Was ist denn da vor dir? Ich stehe euch auch ständig. Ah, ah nein. Fahrzeug. Fahrzeug. Jetzt, wo ich mir das reinbringe. Ohne, dann habe ich ja. Der Tod. Ja, glitscht der. Oder steht der auf dem armen Fleck noch. Ja, bei mir auch. Okay. Da gibt es unser Dock. Ich fülle hier schon wieder 97. Was ist jetzt mit dem? Der steht bei mir am Fleck. Geh mal dran. Bei mir auch. Kann ich einsteigen? Ich auch nicht. Ich habe ja eine Kill. Warte mal, warte mal. Komm her, komm her, komm her. Komm her, ist eine Waffe drin. What? Oh, wo? Ah, er steht hier vorne. Ich habe mich gerade erschrocken. Deswegen. Warte, ich fahre das Ding mal weg. Ja, danke. Vater, du hast mich umgefahren. Jetzt werde ich das erste Mal dabei stehen. Warte mal stehen. Was ist da drin? Scheiße. Guck mal, hier liegt auch ein Visier. Das Wasser auf, hier liegt auf der Straße. Dann hole ich mir jetzt die Waffe. Ah, die Waffe liegt eigentlich kurz nach L11. Was ist denn das? Okay, ich nehme die einfach mal mit. Okay, ich nehme die einfach mal mit. Okay, Cyrus gefällt mir schon mal nicht. Oh, hier MK14, CMR. Oh, hier MK14, CMR. Oh, scheiße. Wenn ich jetzt wüsste, was hilft, äh, ich will ja leben, Mann. Ich werde mal ganz kurz ins Haus gehen und mal kurz diesen... Es ist... Du bist nackt, du hast nix an. Je, ich bin nackt. Nein. Ein Gili an. Okay. Und jetzt? Ja. Oh, ich kann mal. Mein Gili nicht lernen. Guck mal, was hier Waffen drin liegen. Das ist ab nun mal. Mit nem Klo. Ja. Auf dem Klo liegt in der Gemeinde auch immer. Ja. Ja. Oh, mein Gott. Was? Ich vergesse schon, was da auch immer. Halbzah. Ja, ja, ich lass die auch immer liegen. 10 R. Okay, die war für mich ein bisschen heftig jetzt grad. Geil. Ich verliere trotzdem Leben. Ach, die Waffen sind Pornösche, die... Die... Was hab ich das... Ne, Espa. Ja. So, ich hab jetzt vorhin mit dem Gili eine... Visier aufgehoben. Das ist jetzt natürlich jetzt weg, ne? Geil. Zeissolo, da ist es. Was? Ich krieg's nicht raus, ne? Ich krieg's nicht raus, ne? Jetzt auf dem K14 umgekehrt. Ja, ich muss wahrscheinlich kurz das Auto vollmachen. Kannst du das Blaulicht ausmachen? Geil. Warte, kannst du in die Häuser rein? Geil. Ja, hab ich doch grad gesagt. Ich muss aber dann eine andere Schöneres Map als wie. Auf den Zitat. Wie das Haus reine, oder? Geil. Die haben die Häuser geöffnet. Das ist mal richtig geil. Ja. Also das ist ein richtiges Fortschritt zum Z-Haus erwarten. Richtig. Das muss ich jetzt mal ehrlich gestehen. ... Ich verlier' Leben, gell? Das gibt's hier nicht. Ich hab auch keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Da liegt noch ne Cyrus. die Waffenpolitik hier ist sehr 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 merkwürdig ja gefällt mir jetzt nicht so ja ich sage wenn das so der Fall ist da finde ich es am anderen halt interessanter ja jetzt guck mal gerade ein bisschen herein und was mir vorgeschlagen worden lässt sich das ist kein Kumpel von mir das ist ein Abonnent der ich habe keine Ahnung wie er hier im Spiel heißt kennst du deine Abonnenten nicht? ich kenne meine Abonnenten und mit dem Namen ist er hier nicht drauf aber er kann auch nicht wissen dass ich das bin weil ich bin hier mit sogar das kleine Häuschen ist begehbar ist das geil also das ist unglaublich das kann richtig was geil richtig was geiles was die Scherna das Map immer so demotiviert macht ist hier alles besser gemacht MxSW die Frage ist ich soll nicht so viele Läden verlieren also es bleibt jetzt stehen ich bin im Gebäude ja macht ja auch Sinn draußen ist ja kalt und bla 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 ne aber so heftig finde ich das schon weil bei dir ist es nicht hier oder? ich kann auch ein bisschen mehr aus komm mal her ich zeig dir was du auslust hier kann man sogar hochklettern ist das geil ja also hier steigt mein Lebensenergie wieder gut ist das geil er kann nicht ins Dachbootgeschoss fallen aber jetzt haben wir ein Fahrzeug ne? mhm das wird blieb ich schon mal das Problem ist dass das Fahrzeug da stehen bleibt es wird gesehen wenn du von der äh kommst ja auch definitiv das hat das woanders hingefahren aber du hast ja hier den Zaun umgefahren ja aber es ist kein Luder in den Häusern sonst haben sie noch nicht hingefahren aber damit kann ich leben ne davor aber richtig geil gemacht die Häuser sind alle anders aus als wie du es von der EZ zum Beispiel kennst die haben das selber mehr gemacht ja Wartel siehst du das bin ich, das bin ich mal gucken ob die Lagerhalle hier auch kann ich auch mal hoch so und das war unser kleines Erlebnis hier auf diesem Wintelfitzer Exile Cellos Winter Server nochmals danke Egelei weil meines Wissens wenn ich jetzt richtig gesehen habe bist du sogar hier der Admin oder einer der Admins ähm wir finden den Server richtig richtig klasse also unser Fazit ja also wirklich klasse selbst dass man die Gebäude oder fast alle Gebäude begehen kann klasse wirklich super was uns ein bisschen stört tut mir leid für ein kleines negative Kapsel ähm zur Power der Waffen ähm die ganz großen hohen Waffen müssten raus dann wäre es vielleicht noch viel interessanter das ist meine persönliche Meinung aber das Server läuft ganz gut und ich hoffe für euch weiterhin dass er weiter gut läuft ich denke wir werden nochmal ab und zu offen drauf kommen aber wie gesagt hier ist nur ein kleines Fazit von meiner Seite dass du meine Meinung auch hörst ansonsten würde ich an alle sagen wer noch keinen richtigen schönen Server gesehen hat und Cianos einfach liebt wie wir auch geht drauf Cianos und Server sagt dann Egelei einen Gruß von uns und von mir von Caruso und wünsche euch noch viel Spaß und dann hier mit wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag einen schönen Abend bis dahin Euer Caruso Bye 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 Vielen Dank.